Hallo a tous, je vous présente la personne qui va développer Dragon's Lair sur Super... C'est tellement cher. Das, das ist der Jan. Und hat außer seinem Computer keine Hobbys. Der Jan, der sieht im Moment ziemlich hilflos aus. Einer's close, einer's close, upside, upside! Ist er aber gar nicht. Ja man! Weg, geht Platz! Ein typischer Tag sieht beim Jan ungefähr so aus. Nein, nein. Ich bin washed, das war reines Glück, dass der noch reinging. Gut, so washed bin ich gar nicht. Mach' mal den hier! Sanse, Achtung! Nicht so tief, Rüdiger! B, many, many, many. Ja, B, smoked. Ja. Ahhhh, Die Scheisse. Holy fuck. queue hours Tobi komm zurück. Bleib mal hier, mate. Tobi! Was ist, lan? Da ist die Zuhälter Schelle! Babam! Babam! selves Sanse, klippt der's? Und macht der geht die... das nicht. Sanse, das weiß ich. War nur ein Spaß. Hallo. Oh, da bin ich ja mal raus. Da bin ich ja mal raus, Sanse. Later. Der war im Traitorraum und ich habe ihn mit dem Bubbler reingeworfen, bevor die Tür zugegangen ist. Also wenn ich hier Luft treffe, ist es verdient. Komm, dann ist es verdient. Geh wieder zu. Du alte Sau. Du alte Sau. Hast du getroffen werden? Hast du getroffen? Warum, du? Oh, schade. Ja, wir tun beide Schultern. Ich möchte einfach sterben. Cecil, weiterhin gute... Ich haute rein, Jungs. Und bis gleich im Chat. Okay. Merkbar. Auf uns zu, Cecil. Da ist es. Das ist ein You-Problem. Ja, aber das kommt ja nicht hier rein. Hey, 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 if you think. Zombies. Da vorne ist ein Zombie. Bei dem Schar. Oh, Sneeze. Ich zahre aus gerade ein You-Problem geworden. Ja, hinter dir fängt die Papierfläger. Hinter dir spring ihn zu Jan. Alles gut. Hab ich? Dann ist es okay hier. Oh, Achtung, Achtung. Sanse, Sanse. Vorsicht. Oh, no. Hopp, hopp, hopp. Gehen schon durch, Baby. Muss das sein? So, ich hab ihn angeklickt. Ich guck mal. Seht ihr was blinken? Leute, jetzt andere Seite am Geländer. Blinkt auch. Du lügst, Ben, oder? Du verarschst mich. Es hat immer so weiß aufgeblinkt, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sind sie irgendwo ne blinkende Blinkerei? Weil unter 100% gehen wir hier nicht raus, das ist klar. Ich warte auf den Tag, woher ein gespreizter Anus auf mich wartet, Leute. Sanse, was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Was ist das jetzt? Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich? So fröhlich? Bin ausgesprochen fröhlich. So fröhlich war die Fähigkeit. LERY! Na komm, Tübe, die Frage mal. Was ist denn alles in deiner Handtasche? Ich habe tatsächlich meine Frau und ich haben jetzt... Hat das Kofi-Vorbereitungen getroffen. Also, wir müssen da... Wow, loggern! Alter! Mann! Oh, das sieht schön aus. Mann! Achso, okay. Verlängerung gehen. Demi, ich boxt dir in die Fresse. Hey, Ernesti! Bitte! Jungs! Ist verrückt euch da mal heidener... Der ist Jungle, Jungle. Ich hab's gemerkt! Das ist der Jungle? Ja, wo bist du? Oww! Der Bombo ist reich! Ohohohohohohohohohohohohohoh- Ja, guck mal, nimm die MP, der hat 20 HP Luft. Überfahr ihn einfach. Ja, 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 ja Was, echt? Schade, man Knappes Ding, echt knappes Ding Noch zwei Mitte Hallo 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 Alter, das war ja Noch schlimmer als meiner vorhin Dann hat man höhere Chancen Auf Auf dem Ki Hinter die Unter Mann, du bist so blind Jungs 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 Adrian Bitte schieß nicht Ich hab meine Waffe hingeworfen Boah, das ist ein guter Jungs Diesen einen Kann den Kenneth Den kann man empfehlen Mal eine ganz kurze Frage Ich habe dich früher immer sehr gerne auf YouTube geschaut Und da hast du so Videos gemacht Wo du gehackt hast in CS Wurdest du da eigentlich gebannt? Was ich war? Ich hab gehackt Ich mein, ich hab Ich hab früher Und weh, er klebt das Ohne Zusammenhang Ich hab früher auch sehr viel gehackt Was heißt gehackt? Gecheatet Ne? Oh Gottes Willen, Alter Ich hab ihn so verschissen gerochen Oh mein Gott Heck Heck aktivieren Alles gecheatet Es ist alles gecheatet Ja klar Weißt du doch Im Internet mach ich immer an Ui, das ist mein Cheat Ich hab ein Gegner da Immer wenn ich was schmeißen will Easy durch die Wand Frech von mir Durch die Smoke meine ich Noch ein Oh shit Oh mein Gott Ich hab ihn geheadshotet Und ich werd gebannt Say bye bye to your account Diverse Aktivitäten Blue Player 3 Der echte Willkommen im Livestream Ja, Mann Mann, Mann, Stopp Oh, oh, Stopp Oh, Mann Der trifft ja gar nichts Der hat gar nicht getroffen 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 Der hat gar Ich hab ihn bei mir gekehlt Hallöchen, Poppöchen Willkommen hier bei Wie weit kannst du werfen So, gehen wir auf das 2 Genau Oben Bei T-Spawn war das Stimmt, da hab ich mal Einen Cliff gesehen Wo ein Ja, genau, genau Genau Hab es halt im Bestoff gesehen Ja, ja, ja Natürlich So Durchgepeitscht zu sein Die Runde ist geworden Ich hab kurz Angst gehabt, Jungs Dieser XTQC, XTC, CUC, Lucy Dieser Knirch, der dieses, dieses, ihr Mauter, dieses Da hat er irgendein Spiel gespielt, das auch Gronk letztens gespielt hat So ein Grusel-Rätsel-Ding Achterlich, das checkt er Und er musste den Spick geben Der, der geht's Helc Er musste, glaube ich, die Oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Für die Team Bubbler wieder Nein, Daira, nein Das kann nicht sein Erfahren sie es In der nächsten Folge von Wie weit kannst du werfen Ähm Pfff 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 D-Wart im Mail Bum Beyond Insanity Po jednem małym rysiu Gdzie cały czas rozwija